so willkommen zurück hier auf youtube bei part 4 müsste das jetzt sein wir haben die hälfte des tages geschafft nicht ganz aber ungefähr und ja was soll ich sagen die waren in der mine stehen geblieben und hier machen wir jetzt auch weiter auf twitch geht es natürlich nahtlos weiter und bei youtube wisst ihr bescheid so sind wir eigentlich level gestiegen ja aber ich warte bis die anderen da sind so warte mal ich muss hier mal was umlegen 3 freigeschaltet ohne mp zu verbrauchen hat es dasselbe weiß das ist automatisch frei oder ich muss erst hier ok jetzt habe ich keine wb mehr da noch mit eis aber wir müssen ja alles lernen ok die hälfte davon können ja wohl anscheinend alle lernen alles gleiche felsen weg super 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 okay ich muss jetzt wahrscheinlich auch umstellen Achso, gedrückt halt. Ah, verstehe. Ich muss ihn erst nach hinten fahren und dann umstellen. Scheiß Popmaché Stein hier. Ach, ja. Der Tor für Stein. Das müsste reichen. Mir fällt gerade auf. Habe ich das jetzt rüber? Nee, kommt die ja rüber. Aber was ist in der anderen Richtung? Eine Kiste. Oh mein Gott. Ich kann die Kiste doch nicht zurücklassen. 1000 Geld. Es muss einen Weg geben, den Container da runter zu holen. Ja, weiß ich doch. So schnell ist es jetzt nicht. Ja. 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 Beryl, Beryl, let's shop outside. Ja, ein perfekter Zufall. Da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Oh, da ist ein Hebel. Wie war es mit dem Hebel? Sind wir was schuldig? 2000. Oh, okay. Geschieht mir wohl recht. Barry, du kannst es ruhig aufheben. Terrier Gewitter. Nein, nimmt er es. Ich bin mal so ruhig. Also seine Zielgenauigkeit ist ja mal extrem. Oh, oh. Postkampf. Ja, mit den beiden. Was ist so? Ja, noch ein Stein. Zeit für eine gute Nachtgeschichte vom alten Papa Barrett. Oh, Schwachpunktergeld. Ausweichen bringt ihm im Spiel eigentlich wirklich gar nichts. Oh, ich finde ich gar nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich weiß nicht, wie ich jetzt so geil sind da, als er gehen soll. So, Zeit zum ersten Mal, wie wir den Tanz beschwören. So, ich weiß nicht, wie es geht. Was geht denn hier? Junge, Junge, ganz schöner Blutten, wenn wir die Erwalt der Brüffel verstorben. Das hab ich mir extra für den Betrieb. Oh Gott. Der wird jetzt so lange sein. Glückwunsch! Glückwunsch! Oh! Oh! Ah, hat eine Minute! Oh! 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 Eine Treppe aus Mithril, hm? Welch eine Ehre. Der war nett, der Gegner, aber es ist nicht der Post, den ich jetzt erwartet hätte. Ich glaube, wir sind eigentlich in der Hülle, wo diese Spinne im Original kam. Warte mal, hier geht es mal auch noch hoch. Ach nee, von hier kommen wir ja. Hm. Da ist eine Kischt. Sind wir jetzt? Für was ist her? Ja, ach so. Okay. Ah ja. Müssen die alle hin? Hä? What? Bin ich pückel? Oh Gott. Doch Jo, sag ich doch. Ging eben nicht. Lass deine Gruppe nicht zurück. Ja. Na endlich. Das Mithril hat so geblendet, dass der Weg kaum zu sehen war. Nicht? Der Boden kann jederzeit nachgeben. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ja, aber Shinra weiß, dass wir hier sind. Womöglich lauern sie uns auf. Ich würde es an ihrer Stelle ja tun. Trotzdem, es gibt keinen Weg zurück. Nicht nach dem, was wir in Midgar gesehen haben. Es ist unsere verdammte Pflicht, den Planeten zu beschützen. Wenn Shinra uns in die Queere kommt, wird halt gekämpft. Hm. Lasst uns den Schwarzkutten folgen. Vielleicht führen sie uns ja zu Sephiroth. Hey. Die Gruppe ist wieder zusammen. Barrett ist mit drin, gell? Ja. Oh, alle so lieb. Ja, ist ja klar. Ich habe auch schon eine alte Nebenmissionen gemacht. Die Mini nicht bald mal durch. Mein Gott. Die Mini nicht bald mal durch. Mein Gott. Ja. 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 Ich zähle auf dich. Wurde schon ungeneutig. Das war mit dir. Diese ewigen Rückstuhl-Attacken, die sind so nervig. Ich weiß auch, ob ich überhaupt ausweiche, vielleicht brauche ich nur Blocken. Ich weiß, ob man auf einmal in den anderen Gang besitzt hat. Hier wird auch in Hallensinn gestiegen. Frosten-Analyse. Das ist ja alles gestiegen. Diese Attacken, die mich immer zurückdrängen, die sind so nervig. Machst du noch dunkler? Kennt ihr überhaupt noch was? Ich will jetzt nicht extra heilen. Ich weiß nicht, ob ich bestimmt gleich ne Bank kommt. Hoffe ich. Ah, es ist hell. Wo ist denn hier los? Warten die auf dem Bus? Kapitel 3 beendet. Das ist schlecht. Wie schrecklich. Das hat niemand verdient. Ob das da ihr Ziel ist? Shinras Festungsstadt, Junon. Los. Oh, wir sind in Junon. Los. Kapitel 4 beginne einer neuen Ära. Junon Region. Haben wir jetzt freigeschaltet. Das heißt, wir haben wieder Nebenaufgaben vor uns. Was? Wie krass sieht denn das hier aus? Achso. Deswegen konnte ich hier unten nichts freischalten. Weil das eine ganz andere Region ist. Wait, warte mal. Ne, das ist ja... Doch. Hier oben ist Grasland gewesen. Ich bin ja hier durch. Okay. Interesting. Das ist die Frage, ob wir erstmal nach Junon gehen. Oder ob wir die Nebenquests erstmal machen. Ich sage, wir gehen erstmal hier zu dem Turm. Mal sehen, was der sagt. EarthG вообще nicht, auch mal外de. ghosts hell okay, wo man vielleicht mal braucht. Ich kann Hack in this region, noch kein Schoko bewogen. Oh, ich bin eisenherzvoll. Gnade! Hier gibt es die Gnade! Aber wir können bestimmt wieder was herstellen, oder? Vielleicht was, was wir noch nicht haben? Fünf Gnade. Stimmt, Ford Condor müsste es ja auch noch geben. Das kann ich erstellen. Boah, Phönix wieder brauchst du dafür. Aber 50 Erfahrungspunkte. Das ist auch noch. Wir stellen alles her, was geht. Okay. Okay. Ich wollte gerade sagen, gibt es hier mal eine Bank. Aber da kommt ja schon der kleine Schokobu. Brav. Wollen wir jetzt noch ein Käsen. Dass wir sich einfach so drauf setzen können. Und dann können wir mal speichern. Und dann mache ich mal eine etwas größere Pause. Eventuell wäre das mal was essen. Denn ich habe ja heute noch gar nichts gegessen. Deswegen. Sehen wir uns dann gleich wieder. Nach einer Pause. Ich denke mal, es wird eine 10-minütige Pause. Ja. Ich denke mal. Also. Holt euch was zu essen, was zu trinken. Wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Muss man das mal sammeln. Na gut. So, kriege ich den Chocobo her. Er ist auch hier. Nicht? Okay. Tausch. Loll. Okay. Nehm ich. Ich weiß vorhin nicht, wofür das so gut sein soll, aber nehm ich. Jetzt kannst du sie irgends Planeten kaufen. Aha. Ob ich den Titanen mittlerweile besiegen kann? Ne, wa? Willkommen auf Junons Chocobo Farm. Stell dir vor, Cloud. Die Chocobos bekommen hier spezielles Futter. Es werden Algen und zermalmte Fischgräten untergemischt. Etwas anderes hätte ich in Junon auch nicht erwartet. Ähm. Hast du auch hier irgendwas Neues? Das ist nicht dein Scheißernst. Was habe ich doch gerade gekauft? Warum ist die gelb? Wait. Falls ich dir mit irgendwas behilflich sein kann, lass es mich einfach wissen. Moment mal. Nö. Verbessert die Wirkung von dem Kampf eingesetzte Gegenstände. Meister der Gegenstände. Und bei ihm gibt's? Naja. König. Er ist auch Meister der Gegenstände, aber die hier ist gelb. Am möglichen ist er ein Gegenstand nach einer festgelegten Zahl von Anwendungen einmal ohne ATP-Verbrauch einzusetzen. Boah, bitte was? Die ist ja krass. Aber ich habe hier keine Forschungspunkte. Das wird nicht mitgenommen vom Gebiet zu Gebiet. Frech. Phoenix. Oh, Phoenix. Übel. Titan wäre ja mal nicht schlecht. Aber ich habe mal eine Idee. Ich habe doch noch einmal Aero, gell? Habe ich doch jetzt zweimal. Warte mal, Ausrüstung. Aerith hat Aero. Sogar schon Aero. Alles klar. Äh, 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 Kampfeinstellung. Barrett. Du gehst mal kurz für Aerith raus. Und wer hat mein zweites Aero? Das war... Das war... Äh? Red 13 oder was? Keiner? Ups. Tatsache. Okay, mit den beiden Mädels versuche ich jetzt Titan nochmal. Und sehr gespannt, wo ich dir das nächste Mal begegnen werde, Cloud. Hallo. Ich habe gehört, der Währung der Mogris, den Mogri-Medaillen, wohnt ein Zauber. Wenn du viele dieser Medaillen sammelst und sie bei den Mogris abgibst, könnte das die ganze Welt mit Lachen und Freude erfüllen. Jetzt riech ich jetzt mal wieder auf den Sack wahrscheinlich. Ich will mir jetzt Titan. Volle Stärke. Tiefer Aerith. Na dann. Böser Gegner. Wie er gleich auf Cloud geht. Ja, war Wind. Ja, ja, nicht los. Warte, was braucht das? Warte. Ja, genau, Alter. Was ist der Arsch? Ja, weiß ich. Ich mach das. Dank für dich. Ja, was dann. Sehr gut. Also, ich darf ja keine Gegenstände einsetzen. Ja. Mach doch alles Schaden. Meine Fresse. Alles klar. Ich muss das beenden. Typ ist doch nicht mehr ganz sauer. Viel zu stark. Viel zu stark. Verzieh dich. So viel. Ich habe genug. Jetzt wird abgelieckt. Ich finde es auch gemein, dass man keine Gegenstände benutzen kann. Viel zu hart, der Typ. Ich meine, ich könnte ja schwächen, wenn ich würde, aber ich will nicht. Nö. Die werden mit voller Stärke besiegt. Es handelt sich ja nur um eine Simulation. Man kann es immer wieder versuchen. Im Moment brauche ich die Tana auch nicht. Ich wünsche dir heute hinfühlen, aber der wird ja auch nicht so stark sein. Okay. Hier ist sogar eine Nebenmission. Was gibt es denn hier für eine Nebenmission? Ich habe ihn schon so oft gesagt, seine dummen Schilder abzunehmen. Auch auf Chocobos sind die Simpfe zu gefährlich. Ich heiße übrigens Gabe. Das hier ist meine Farbe. Und ihr braucht gar nicht erst Fragen. Meine Choco-Bus verleihe ich nicht. Wäre ja zu einfach gewesen. Das Transportgeschäft wird von Shinra stark reguliert. Bisher habe ich mich trotzdem irgendwie über Wasser halten können. Aber mein Wagen hat vor kurzem den Geist aufgegeben. Und weil ich mir die Teile für die Reparatur nicht leisten kann, ist mein Geschäft so gut wie tot. Das Ganze deprimiert sogar meine armen Choco-Bus. Sollen wir ihnen bei der Reparatur helfen? Das ist nett, aber ohne Ersatzteile. Es reicht also, wenn wir die besorgen können? Tja schon, aber guckt euch doch mal an, wie der Wagen aussieht. Ich weiß ja nicht. Und ich habe leider nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Doch mit Choco-Bus. Interessieren dich meine Choco-Bus? Ich habe niemals versucht, sie in die Wildnis zu entlassen. Aber sie kommen immer wieder zurück. Das habe ich jetzt davon. Da eröffnet man ein Geschäft und dann ist der eigene Kopf der erste, der rollt, wenn es bergab geht. Aber sagen Sie doch sowas nicht. Es ist nicht Ihre Schuld. Komm schon, Cloud. Die Choco-Bus brauchen uns. Wir müssen Ihnen helfen. Bitte. Klar. Gut, wenn ihr drauf besteht, ich warne euch gleich. Die Ersatzteile, die wir brauchen, sind in dieser Gegend schwer zu finden. Und wo können wir sie finden? Bei einem Händler, der in einer Hütte auf dem Berggipfel lebt. Zu Fuß kommt man da nicht hin. Nur eine bestimmte Choco-Bus schafft den Aufstieg. Belle heißt sie. Das letzte Mal habe ich sie dort drüben gesehen. Wird aber nicht leicht, sie zu fangen. Gehen wir es an. Dürfte dann ja wohl ein Berg-Schoko-Bus sein, oder? Ja, ja. Berg-Schoko-Bus. Dachte ich mir. Das müsste dann ein... Blauer sein, oder? Ne, warte mal. Schwarz. Schwarzer. Blau war Fluss-Schoko-Bus, schwarz war Berg und Gold war alles, oder? Also im Original damals. Äh, die Richtung. Ich glaube, so war die Reihenfolge. Schon ein bisschen schade, dass er uns nicht bezahlen kann. Nicht will. Dem Kerl geht's besser, als er den Anschein erwecken will. Der Herz faustdick hinter den Ohren. Meinst du etwa, er wollte uns hinters Licht führen, damit wir die Arbeit für ihn erledigen? Vermutlich. Egal. Ich mach's trotzdem. Für die Schoko-Bus. Fang-Versuch-Berg-Schoko-Bus. Welche Bereiche? Der ist hinten, gell? Cloud, musst du jetzt schon in die Jogge gehen? Schläft mal hier ein. Wo ist'n der? Ach Gott, sind das viele. Schwarzer, sag ich doch. Nutze die Zugwagen, um dich unbemerkt fortzubewegen. Okay. Oh, wie unauffällig. Wie der guckt. Was macht der hier? Da holt mir den vor, okay? Da hab ich schon mal Stein. Das sind aber viele. Warte mal, wo kam der jetzt? Ich schicke den jetzt mal wieder auf Reisen. Schick, Cloud, lauf! Oh, das ist frech. Okay, drei Versuche hat man, ja. Oh, der bleibt hier stehen. Da ist er doch schon. Ah, er sieht mich. Ah, warte mal. Sternwärfe ist wieder auf für die, oder? Okay, nee. Das ist aber jetzt blöd. Hey, wie soll ich denn den Schalter rankommen? Hä? Interessant. Schlafen die jetzt? Ja, zu schlafen. Wer hat mich gesehen? Das war gemein. Welcher von denen hat er mich jetzt gesehen? Hat er mich gesehen? Wie komme ich da hin? Ich glaube, der Stein bei dem ich, bei den Großen... Wow. Nein, falsche Richtung. Da wäre ich auch selbst draufkommen können, dass man Stein draufwerfen kann. Andere Richtung wäre einfacher gewesen. Gott, der sieht mich doch da. Ah, ich habe eine Idee. Was sieht der an mich? Ist das dein Ernst? Wie soll das denn funktionieren? Das ist schwer. Das ist auf jeden Fall schwerer als das erste Schoko-Boo. Das erste war einfacher. Ach, ich kann doch auch. Da bringt ja auch nichts. Er muss abgelenkt werden. Das Ding ist aber ola. Ja. Ich habe das gedacht. Ja, ich habe das. Ja, ich weiß jetzt. Wir schauen mal. Ja, ich weiß. Aber wie soll es das denn? Ja, ich weiß. Also, ich weiß nicht, dass wir nur noch malisu Lake haben. Ich weiß nicht. Es ist aber immer sehr. Es ist ja auch nicht klar. Aber wie soll sie nicht so verminden? Ja, ich weiß nicht. Wenn ich von innen gehe, dann zieht der Kforz mich nicht. Wir probieren es mal aus. Oh, vielleicht sieht er Kforz mich doch nicht. Ha, perfekt. Hätte ich es mal vorher so probiert. Als ob. Aber es hat noch geklappt. Jetzt gehörst du mir. Das war schwer. Ha, fein. Bälle. Bälle. Bergschuhgebuss können mit ihren starken Beinen äußerst steile Hänge erklemmen und hinaussteigen. An Stallwänden auf den Zeichnungen von Bergschuhgebuss zu sehen sind, erscheint das Symbol, welches anzeigt, dass das Tier diesen Höhenunterschied überwinden kann. Versuche dich also ruhig am Aufstieg. Ob es auch goldene gibt? Hey, jetzt haben sie alle einen Bergschuhgebuss. Also Red 13 auf so einen Vogel, ich werde damit nicht fertig. Wie er aussieht. Herrlich. So, wir haben unser Schuhgebuss. Jetzt können wir alle Nebenmissionen machen. Würde ich sagen. Aber wir haben noch die Nebenmissionen, ja. Wir machen erst mal den Turm hier. Weil er gleich hier ist. Ja, wollen wir. Ich hasse Fliege. Das. Feuer? Nee, Eis. Da bin ich ein Bulli-Ball. Alter. Das ist ja unbedingt eine bessere Waffe. Er lebt doch nicht. Dass der Kleine noch gelebt hat. Also echt. Erstmal Mokri-Medaillen holen. Zweier? Ja. Wo ist der? Ja. Quelle wäre cool. Gibt es noch Ressourcen? Da ist ne Quelle. Ich habe in der Nähe eine Protosubstanz geortet. Könnt ihr euch das mal ansehen? Schüss. Es ist die Frage, ob ich echt noch warten soll, bis ich hier noch reingehe oder nicht. Aber ich denke mal, wenn du drinnen bist, kommst du so schnell nicht mehr raus. Deswegen mache ich erstmal alle Nebenmissionen hier draußen. So, wir müssen eh da hoch, also können wir auch gleich das hier machen. Boah, Schnellreise. Erstmal hier hin. Gibt es meine Energie? Ja, komm. Geht schon. So, was da kann der jetzt hochklappern? Ja. Aber machen wir mal. Das sieht aus. Ja, Eule. Ich weiß, dass da ne Quelle ist. Ich denke mal, links gibt es so S-Bar-Dings. Na ja, wir gehen erst mal rechts. Noch höher. Gar kein Stress. Könntest du mal absteigen? Danke. Da ist die Quelle. Die Ressource. Das müssen wir hier drücken. Das selbe. Nein, beeindruckt sich das nicht. Easy. Machen wir das hier auch gleich. Ist ja gleich hier drüben. So, eine Schokobu komme ich hier gar nicht runter, oder? Nee. Lol. Runter ist ja cool. Er muss schon sagen, was Krennic sich bei dem Spiel einfallen lassen hat. Ist schon. Respekt. Oh, ich muss mich das ja wieder merken. Oh. Oh. Schöne ich mir auch noch. Dann. Oh, wie ist es nicht so schwer? Oh. Viereck, 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 Dreieck, Dreieck. Oh, warte. Ich muss merken, wo die sind. Oben rechts. Okay, ich versuch's mal. Richtig? Der Beste. Die werden schwerer. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörer-Materie der Espa verstärken. Gut, und als nächstes wäre die Nebenquests hier. Und dann da unten das alles. Eieiei, haben wir da was zu tun. Länger haben wir von gebraucht für das erste Gebet, sieben Stunden. Also schon um acht dann. Falls ich das auch in sieben Stunden alles schaff. Ungefähr sieben Stunden. So. Kameras in dem Ding aber nicht grad dein Freund, wenn die runter willst. Mensch. Das jetzt der Jokobu nicht weh tut? Ähh. Ich frage, wie ich da auch komme. Ach, wahrscheinlich. Nee. Ich glaube, ich muss da oben rechts nochmal rum. Ja, doch nochmal rum. Ging aber, glaube ich, noch nach rechts, ne? Links war die Quelle und rechts war noch ein Weg, glaube ich. Dann komme ich nicht hoch. Ob es ein Flugschuhgebur noch gibt? Weil, ich glaube, ja, auch das Goldene, was auch fliegen kann. Genau, jetzt hier rechts. Ressourcen hier. Schöne Aussicht. Ich schläft auch noch. Was wollt ihr? Wir möchten den Karren von Gabe reparieren. Ah, auf der Suche nach Ersatzteilen, was? Kommt morgen oder übermorgen wieder. Ihr seht doch, dass ich gerade viel zu müde für sowas bin. Meinst du, mit einer Ohrfeige kriegen wir ihn doch? Mit Magie aufweg. Und Magie ist bestimmt witzig. Aufgewacht! Hey, was soll das denn werden? Na, jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein. Das war. Na schön, wenn euch so viel dran liegt. Aber dann müsst ihr mir alle Teile von der Liste bringen. Und jetzt? Was für eine Frage. Stöpere mit der Karte des Wegebauers und dem Geruch sind dein Schokobus, die Ersatzteile auf der überall in Yunon vergraben sind. Boah, was? Ernsthaft? Wow. Das sagt mir ja richtig viel. Welcher Turm ist in den Gemeinden? Wait, warte mal. Na, das ist doch... Ich glaube, das wird mir hier noch gar nicht angezeigt. Was könnte der hier sein? Wir scheiden erstmal frei. Ich glaube, der kommt zuerst. Wir laufen ja sowieso, Alter, so lang. Wir müssen ja eher alles aufdecken. Aber die Mission könnte ja richtig nervig werden. Sogar eine Treppe. Ich glaube, die Yunon könnte länger dauern. Allein, weil er jedes Mal den Berg hochklettern muss. Dass ich eine Zeit lang brauche. Schreiben wir mal den nächsten Turm frei. Stopp. Warte mal. Hier ist der Kran. Ja. Das müsste der sein. Das heißt, von dem Turm aus gesehen. Oh, hier sind überall Gegner. Die schon wieder. Folgt mir ein. Was hat er denn jetzt getrunken? Was hat er denn jetzt getrunken? Was hat er denn jetzt getrunken? Ich würde sagen, wo ist der Turm mit? Gnade. Nehme ich gerne. Flügegegner. Flügegegner. Ich hasse Flügegegner. So. Oh, hier. Nicht übertreiben. Überlass das mir. Dein einsam. Komm schon. Los. Achtung. Der. Los. da bin ich schon mal dieses Arsch, wenn ich das alle aufzunehmen fliegen gegen die du mal steuerst ich zähle auf dich ich dachte ich rieb nur an Eris ihr an Limit, wenn ich es alle heilen können ganz oben ich habe den Far Cry geklaut Turm aktivieren Eingejagt Stufe oder Level 1 Ok Aber ist das hier nicht der Ort? Müssten jetzt hinter mir links drei Häuser sein Das muss doch der Ort sein Müsste ich ja direkt zu dem Kran hin Wir schauen mal beim Kran, vielleicht ist es ja wirklich hier Hey, ist schon geboren, hau doch nicht ab Warte aber warum rennt der gleich so los? Oh, ne Materie Blaue Ganz wichtig Materialismus Das ist auch ne neue Was ist denn Materialismus? Erhöht die Stufe verbundene Materie um eins Ist auch so Habe ich doch schon Müsste jetzt zwei haben, oder? Ah ne das war bei in der Vergangenheit war das Durch die Heide Ok Oh ja Da ist schon so ein Fliegegegner Ich heiße Fliegegegner So, hier ist der Kran Ne, doch Schauen wir mal, ob wir hier eins finden Shinra Baustelle Oh, Schatz Hier gibt es Schätze Hier haben wir schon mal Nummer eins Ist ja richtig versteckt Gleich daneben der zweite Schatz Kraft treibt schon wieder Oh, und ein drittel Das war ja schwer Wahnsinn Aber ist das jetzt hier der Kran? Sieht nämlich nicht so aus Anders kommst du da aber nicht rein Oder? Ne Ist das hier doch nicht das Gebiet? Das sind aber Schokobuhspuren Warte mal Wenn da Schokobuhspuren sind Dann ist das doch hier Aber hier ist doch kein Kran, oder? Ich guck doch nochmal da Aber jetzt Ich werde erstmal das noch schnell machen Nein, nicht mehr Ich wollte Gegenstände Mal sehen, was da für Gegner sind Oh, Fliegegegner Ich mag keine Fliegegegner Ich mag keine Fliegegegner Ab hier ist Vorsicht geboten Futter für ihre stets hungrigen Jungen zu beschaffen Begeben sie sich jedoch auch in die Nähe von menschlichen Behausungen Und schrecken selbst vor Angriffen nicht zurück Wegen Junons Ausbau durch Shinra Verloren sie einen Großteil ihres Lebensraums Weshalb sich die Attacken in letzter Zeit häufen Wir müssen mal kurz was ändern Ich brauche Barrett Ich hasse Fliegegegner Den nehme ich ihn raus Ach doof Immer tiefer raus Auch wenn tiefer eigentlich zu meinem Lieblingsgruppenmitglied gehört Aber ich brauche Barrett in dem Kampf Ich hasse Fliegegegner Für die Küchen zu enden Ist bei der Datenerhebung Vorsicht geboten So, was hat denn er für Substanzen? Zwar Orfen Heilen TB Brust Tiefer hat er Ja, ok Von mir aus Ist jetzt fertig mit Quatschen? Gut Ach du was Hier kommt Barrett Ist das alles? Da würde ich ziemlich mies mit sein Schießen Hat auch noch mal lange Analyse machen Natürlich Aero Oh Oh Das ist richtig Ich habe nicht zu überstürzen Nicht zu überstürzen Jetzt Jetzt entscheiden wir uns Jetzt entscheiden wir uns Meinst du denn? Bereits für mehr? Das hab ich mir extra für die Übernimm mal Wir beschwören Wir beschwören Schieber Könntest du das hier übernehmen? Ich zähle auf dich Auf Onkel Barrett ist verlassen Ich bin nicht so schön Ich glaube das war es schon, oder? Hier Hier Zäugstoff War Ok Jetzt könnte ich meine Heilung Vertrauen Soll ich heute noch mal hier oben gucken? Das muss hier sein. Soll ich hier zu Fuß gehen könnte? Ich will mich mal heilen. Setze ich doch nicht wieder drauf? Ich würde ihn Heinz nennen. Das ist cool. So, ein Kissen verwenden. Das quatsch. Irgendwie können wir speichern, wenn wir lange nicht mehr gespeichert. Wo waren das letzte Mal? 12.20 Stunden. So, jetzt hole ich mir das Gebiet hier nochmal ein. Doch, oder? Ach, du bist dumm. Wenn doch nicht vom Baum oder von Stein. So, warte mal, wenn da der Turm ist, müsste ja hinter ihm drei Häuser sein. Ja, sind sie auch. Die drei. Das ist hier. Das heißt, genau links vom Turm müsste ein Teil sein. Also hier. Das ist ja nicht schwer hier. Das heißt, irgendwo hier müsste eins sein. Gebäude? Guck mal, da ist ne Leiter. Das war man in der Leiter. Das ist hier. Ich bin hochklettern. Warte mal, ich brauche da mein Schuckeboot dafür, oder? Hat er mich was erzählt? Ne, der riecht nicht. Da liegt das hier hinten, da wo? Ich bin hier hinten, da wo? Ich glaube, ich bin hier hinten. Geht weg. Was ist das hier? Was soll denn das liegen? Oh, da geht es nach Yunnan, will ich nicht. Nur mal nach dem oben links, auf dem Fall irgendwie nach hinten. Wir orientieren uns nochmal hier oben, ich will das jetzt finden. Hallo. Das ist ein Tormel da. So vom Torm, genau links geradeaus. Wer hat das Gebäude hier? Hier ist die kleine Hütte. In einer der Hütte links müsste, da wo die fliegen. Natürlich. Dann übernimmst du von deinem Kran. Vielleicht hau nichts aus. Na? Das tut weg. Geschafft! Feierabend! Haben die das jetzt beschützt? Hier geht's was mit dem Kran hoch, ja. Nicht übertreiben! Das war abzusehen. Ich bin mit dem Kran hoch darauf. ein ausgegrabenes holz wieder haben ich kann doch nur mit schokopo auskraten oder? aber der gräbt doch nicht was macht doch nur der gelbe? ah jetzt kommt auf einmal rotes ausrufezeichen ist klar ausrufezeichen, nein fragezeichen ist klar auf einmal geht's das ist ja quatsch nee da wollen wir nicht hin, da geh ich zu nah an der story ich will noch nicht die hauptstory weitermachen so jetzt hier rechts irgendwo ist auch einstein da hier mein gott, man kann sich aber auch dumm einstellen dabei ist es so einfach bei dem abgebrochenen haus ich dachte ich muss es irgendwo versteckt finden da ist schon spät wir müssen so eine ausrufezeichen kriegen äh fragezeichen doch hier hinten ich muss ja hier irgendwo sein ich muss ja hier irgendwo sein ich war viel zu weit vorne ich war viel zu weit vorne da war ich doch ich war viel zu weit vorne das war ja einfach vielleicht schnellreise mein gott wo ist sie hier Warum geht der Stream nicht wahr? Warum hat mein Stream gerade gehangen? Hat er gehangen? Hat ich Paketverlusten? Komisch, bei mir hat er gerade irgendwie gehangen. Das wäre aber nicht schön. Aber gut, ich nehme ja eh auf. Also die Aufnahme läuft ja immer durch. Hier läuft alles. Komisch. Nach Neuladen gehts wieder. Wir sind wieder da. Wir haben doch alle. Oh, da habt ihr euch ein Zeug gelegt. Könnt mich übrigens Freddy nennen. Was wollt ihr denn nochmal von mir? Ein Kuchen. Ach ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Äh, wartet kurz. Hier, fertig. So gute Qualität gibt's nur bei mir. Na los, nehmt schon. Keine falsche Bescheidenheit. Gabe wäre sicherlich überglücklich, wenn sie noch mehr davon anfertigen würden. Na, ich weiß ja nicht. Und außerdem habe ich viel zu viel zu tun. Der habt doch jetzt was ihr braucht, hm? Also macht euch schon vom Acker. Hm. Das ist richtig. Dann können wir die Quiz jetzt auch abgeben. Und dann ist die fertig. Wo ist er hin? Da oben. Hier, für Sie. Freddy hat sich richtig ins Zeug gelegt. Zeig mal her. Nur wenn Sie den Karren auch wirklich reparieren und sich ab jetzt ordentlich um die Chocoboos kümmern. Hm. Da hab ich wohl keine andere Wahl. Gut. Du hast mein Board. Wunderbar. Na, dann können Sie jetzt gleich loslegen. Gibt's jetzt neues Transportsystem hier oder was? Ha, fertig. Scheint so. Mensch, das ist ja ein kleines Meisterwerk geworden. Dem alten Freddy kann wirklich keiner das Wasser reichen. Was für ein prächtiger Karren. Muss euch wirklich danken. Jetzt kann ich jederzeit wieder durchstarten. Das ist großartig. Doch bevor wir weiterziehen, habe ich noch eine Frage. Hätten Sie die Chocoboos einfach hier verwildern lassen, wenn wir nicht zufällig vorbeigekommen wären? Vermutlich. Verstehe. Hm. Aber bei einem Gegner wie Shinra durchaus verständlich. Verständlich. Viele haben Angst, was ihnen für Konsequenzen drohen, wenn sie sich dem Mächtigen widersetzen. Unsinn. Als würde ich mir wegen denen in die Hose machen. Ha. Aber warum haben sie dann aufgehört zu arbeiten? Tja, also. Der Karren ist kaputt gegangen. Und den zu reparieren? Da muss man ja erst die Teile beschaffen und dann... Ach. Das war mir einfach alles viel zu aufwändig. Bist ja nicht mehr der Jüngste. Aufwändig, ja? Schon gut, schon gut. Ich geb's ja zu. Hab mich schlecht um meinen Laden gekümmert. Aber ab jetzt häng ich mich mehr rein. Versprochen. Werd immer ein paar Ersatzteile auf Lager haben. Und mich auch ordentlich um meine Chocobos kümmern. Hast du das gehört? Wir haben also einen Zeugen. Dich sollte man sich besser nicht zum Feind machen. Passt bloß auf. Reif der Königin. Das Reise per Schokobo-Kutsche. In den Graslanden in der Juno-Region kannst du den Schnellreisedienst der Schokobo-Kutsche in Anspruch nehmen. Sprich dazu mit den zuständigen Mitarbeitern der ortsansässigen Schokobo-Fahren. Yay. Das heißt, ich kann zurückreisen. Nur, ich hab im ersten Gebiet schon alles gemacht. Bis auf die zwei Kämpfe, die ich noch... Wer bist denn du? Hab gehört, dass Gabe wieder im Geschäft ist. Da gab's kein Halten mehr. Für lange Reisen gibt's nichts besseres als Chocobo-Kutschen. Natürlich nur die von Gabe. Oh, das kostet auch noch Geld. Oh, jetzt nicht. Bis zum nächsten Mal. So, warte mal. Jetzt will ich die eigene Substanz haben. Auch wenn ich keinen Platz hab. Ja. Super Zaun springen. Cloud, sind dir Goldfedern ein Begriff? Ja. Als solche bezeichnet man besonders schillernde Federn von Chocobos. Man verwendet sie zum Beispiel für Schmuck oder Arzneien. Du wirst in jedem Chocobo-Laden Abnehmer für sie finden. Falls du also welche siehst, dann nimm sie besser mit. Hm. Gewitter und Luft gibt's. Ah. Die ist wichtig. Dann kann ich die ja doch mitnehmen. Moment mal. Ja. Es gibt noch viel. Das ist perfekt für Cloud. Das heißt, der hat jetzt Glut und Frost. Machen wir mal Gewitter raus und machen, äh, Gewitter und Luft rein. Ha. Herrlich. Das sind definitiv neue Substanzen. Die gab's vorher nie. Und dann können wir ja eigentlich noch Dings mitnehmen. Das ist ja auch schon Max. Äh. Scheiße. Ich brauch einen Platz mehr. Hm. Da sollte ich aber nochmal leveln. Oh. 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 Okay. Weitere Phänomene. Ich baue auf deine Unterstützung. Gut. Haben wir das abgeschlossen. Story wollen wir nicht machen. Das heißt, es geht jetzt. Machen wir mal jetzt Feldforschung? Oder? Ah, wir machen erst mal den Turm. Schnellreise. Äh. Äh. Oh verdammt! hier oben ist doof wir müssen hier oben mache ich einen umweg hier lang ja deswegen dem feldforschung mache ich dann als letztes mehr wieder mehrere oder nach können wir jetzt einmal hier das macht das zuerst mal aber wenn sie sie wieder zieht die kaugummi die haben das zielgebiet erreicht gibt es irgendwelche anzeichen einer substanz im moment nicht mehr steckst du schüttel auf das viel drauf siegen des planeten so können wir mal wieder was herstellen könnte ich renne mal die ganze zeit mit sich tausend sachen rum aber synthetisiere nicht super spray das einmal und das goldnadel goldstaub fast level 8 ok es gibt aber auch viele ressourcen ist das hier so hell das stream siehst du ja gar nichts als ob das einfach nur hier rumliegt was ist hier mit volltreffer damit wäre die bergung der protosubstanz na nun anomalie verzeichnet was für ein seltsames signal entschuldigung ich brauche eine sekunde vor kondor da werden erinnerungen wach haben es für die taktische ausbildung benutzt rich und die anderen waren genau wie halb mit gar ganz verrückt danach manchmal habe ich erhöhte werte tiefer tu das nicht schließe das fort kondor match ab euer ernst das gibt es auch wow back in the days was ist denn das hier für ein trip ich glaub's nicht guckt uns doch mal an ihr seht aus wie 97 hey das wird ja immer besser oberst jetzt liegt es an euch verstärkung gut dass ihr da seid das ist ja geil shinras truppen haben uns fast vollständig überrannt bitte ihr seid unsere einzige hoffnung uns bleibt keine zeit ich erkläre euch den plan unterwegs das wissen die leute die das original gespielt haben sagt lol lol die wundersame kraft der bruttosubstanz hat dich in die welt von fort kondor gesaugt von diesen kannst du bis zu zwei in der schlacht schäden bei den standardeinheiten hast du die wahl zwischen einer offensiven und defensiven aufstellung stelle deine helden einheit mit l1r1 und deine standardeinheit mit l2r2 auf stütze dich damit in den kampf stütze dich damit in den kampf und das muss so probieren die oberf jetzt aber doch viel hp Wird zwar eh ne Pleite geben wahrscheinlich Ach die machen das wie bei Teil 7 Also beim ersten Remake Um eine Einheit aufzustellen Musst du hier eine Position auf dem Schlachtfeld zuteilen Und dann mit X bestätigen Tust du dies schaltet das Spiel in den Taktikmodus Indem du in Ruhe eine Einheit auswählen kannst Behalte den Entsendungsplan Deines Gegners auf der rechten Bündchenseite Im Auge und passe deine Strategie Entsprechend an Bei den Einheiten gibt es drei Rollen Stürmer, Schütze, Verteidiger Zwischen diesen Einheiten besteht ein Kraft-Kräfte-Verhältnis Das du über ein Diagramm oben rechts auf dem Bildschirm jederzeit Konsultieren kannst Beispiel Stürmer sind effektiv gegen Schützen Aber schwach gegen Verteidiger Habe also die feindlichen Einheiten immer im Blick Wenn du deine eigenen ausstellst Jede Einheit kostet aus dem ATP-Energie Je stärker die Einheit Desto mehr ATP-Energie wird für eine Entsendung benötigt Stürmer, Schütze, Verteidiger Schütze, das heißt ich brauche Drei Punkte Ich find er Ich habe es geholfen. Ich habe es geholfen. treiben sie mich zurück schlecht es dauert kann ich kein so könnte ich kann ich kein ding so ok jetzt kaufeln wir den führer nach ihrem platzierung auf ich dachte für deine spezielle Fertigkeit aus es hat also schon angeschlagen ich mache noch ja wenn ich den Heiler leg, fährt der um Abblütze okay, jetzt schaust du es jetzt aber vor nein, Cloud ist da ich habe eh gewonnen als ob das als Niederlage zählt, wenn der weniger negiert als ich ist gemein okay, wir müssen doch eine andere Aufstellung nehmen die brauchen aber auch viel zu viel Energie hier er braucht nur zwei, dann machen wir lieber die Aufstellung alle guten Dinge sind zwei er kommt mit okay, dann komm ich mit Verteidiger okay, noch ein okay 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 Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Einheiten, außer die Heiler. Das ist doch doof. Was bescheißt du? Einmal versuche ich es noch. Ansonsten mache ich es beim nächsten Mal. Drei Minuten ist aber auch ein Witz. Ja, Heiler, geh ruhig noch weiter vor. Warum nicht? Ja, das ist ein totaler Quatsch. Oh, ich sehe gerade, ich habe ja Farid. Oh, jetzt sehe ich. Oh, ich sehe jetzt mal den Scheiß-Boys ein. Oh, endlich. Oh, das war ja nervig. Keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe im Vergleich zu vorher. Aber es hat funktioniert. Wäre uns das nicht geglückt. Habt Dank. Oberst und ihr tapferen Mitstreiter, der nächste Kampf steht uns bereits in Kürze bevor. Was? Die Kerne greifen ganz sicher wieder an. Ich bitte euch, steht uns auch weiterhin bei. Auch das noch. Ja, jetzt hast du geglaubt. Hey, die gehört uns. Was muss ich da sehen? Ja, was denn? Das wüsste ich selbst zu gern, wenn ich mich doch nur erinnern würde. Doch, es gehört mir. Hey, hier geblieben. Warte, was haben die Entwickler geraubt? Was war denn das? Wir waren im Spiel, oder? Ach, so ein Quatsch! Würde ich gern sagen, aber... Unglaublich, dass es so etwas gibt. Selbst in meiner Datenbank gibt es nichts Vergleichbares. Welches Phänomen wohl dahinter steckt? Könnte es zum Beispiel sein, dass... Jedli, konzentrier dich. Sag uns lieber, was wir jetzt tun sollen. Die Protosubstanz haben sich nämlich diese Hampelmänner gekrat. Ach, richtig. Die Protosubstanz. Das Signal ist zwar schwach, aber ich kann sie ordnen. Das könnte bedeuten, dass der Zugang zuvor Kondor erneut geöffnet wurde. Vielleicht müssen wir das noch ein paar mal machen. Sieh am besten gleich mal nach. Früher war das irgendwie einfacher im alten Final Fantasy. Wo war das jetzt? Oh, da drüben. Wie komme ich denn da hin? Ah, hier über die Brücke. Oh Mann. Freu, freu. Oh, ist man die Grafik wieder gewöhnen hier. Warum ist es hier so hell? Jetzt nicht mehr so hell. Vor Kondor scheint ja ein spannendes Spiel zu sein. In den Slums von Sektor 7 war es total angesagt. Ich würde es zu gern mal ausprobieren. Ist es leicht zu lernen? Für dich bestimmt. Du könntest doch mal gegen Red spielen. Was meinst du, Red? Mit dem größten Vergnügen. Toll. Ich komme jetzt schon darauf. Ja, das hätte eine bestimmte Heilerrolle gehabt. Das fragt ja keiner, aber ich denke, wir haben echt wichtig was zu tun. Oh Mann. Warum renne ich eigentlich? Das passt nicht mehr ins Inventar. Oh ja. Uhu. Wo ist der Uhu jetzt hin? Also, ich kann auch einfach den Torben aktivieren, dann sehe ich ja, wo er sein ist. Wenn man den Weg dahin findet. Da ist er. So, schon bewusst bin ich auch schlimm. Komm ich da hoch? Stopp. Oh Gott. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß. Was ist hier oben? Oh, was bist denn du? Barrels Aufgabe Nichts überstürzen Was war wegen des Gestans leuchtet das? Das tut weg Das tut weg Was war wegen des Gestans leuchtet das? Hm Ich müsste doch mal zu den Morcris Was war wegen des Gestans leuchtet Jetzt wissen wir auch wo das Nest ist Oder die Quelle, ja gesagt Nest Was ist denn Nest? Was war wegen des Gestans leuchtet das? Was war wegen des Gestans leuchtet das? Was war wegen des Gestans leuchtet das? Was war wegen des Gestans? Was war wegen des Gestans leuchtet das? Was war wegen des Gestans leuchtet das? Was war wegen des Gestans leuchtet das? Kann ich irgendwas herstellen? Was brauche ich denn hier für? Goldstaub Barmherzigkeit des Planeten Königs herstellen Königs herstellen Was war wegen des Gestans Oh ja die Elfte haben wir dabei Das ist eine ok Die Elfte haben wir dabei Platt ich habe den Lebensstrom einmal genauer angesehen Dabei konnte ich den fundort eines Synthesenschips aus Republikzeiten Das ist gut. Boah, das ist wieder auf der anderen Seite. Doof. Boah, wir können ja schnell reisen. Ja, komm. Geh mal schnell das Zeug einsammeln. Boah. 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 ... ... Ich hab's richtig, oder, ja? Oh, ich kriege noch, pfui. Drei Stück. Hast du gesoffen? Das ist kein knalltes Planeten. Hast du uns Modifikation geholt? Okay. Ja. Papa, nein. Papa, nein. Kavi, du gehst mal hinter den Sack. Gnade des Planeten. Du brauchst ein Seil bei. Überall fehlen die Ressourcen. Na gut. Dann machen wir jetzt... Hier oben weiter. Bevor wir da runter gehen. Diese Höhenunterschiede hier überall. Krass. Also ein Berggebiet. Jetzt habe ich überhaupt richtig. Fein so. Jetzt habe ich überhaupt richtig. Wenn ich hin. Ich glaube, ich bin falsch. Wow. Ich bin einfach ein Sackgeiser. Ernsthaft. Wow. Genau. Der ist über mir, der Funktorn. Wie komme ich höher? Das ist ein Quatsch. Da hinten die Wandseil. Die da. Aber ist ein Kischt. Da gibt der Gas. Ja, zwei Küchen. Ja, zwei Küchen. Da schätze sie. Da. Da geht's. Ist das jetzt so richtig? I have no plan. Sag mal, es ist richtig. Sonneblinde. Oh, die ist ja riesig. GTF. GTF. Was seid ihr für EF? Nero ist Ferox. GTF. Schon erledigt. Oh Mann, hier muss man viele Berge durchklimmen, da kommt der nächste Berg. Alter, Witzker. Das ist eine Eule. Warte mal Eule, ich werde es mal hinten gucken. Oh, das ist meine Jakobin. Nicht nach Ungeheuern. Seltene Neros Ferox Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Der Neros Ferox wird oft von größeren Ungeheuern gejagt. Deshalb ist er äußerst vorsichtig. Er besitzt Organe zur Wärmeregulierung und kann sich durch die Erzeugung von Hitze gegen Pressfeinde verteidigen. Mit so einer todesmutigen Attacke schindet er reichlich Respekt bei seinen Armgenossen. In der Natur ist es schließlich so, dass der Stärkste beim anderen Geschlecht besonders beliebt ist. Aber als leidenschaftliche Forscher können wir es mit dem feurigen Neros Ferox locker aufnehmen. Ich will ja immer, dass die Aufhörze quatscht, weil das im Kampf nervt. Ich bin mal so frei. Nice. Au. Das war krank. Ich weiß, wie wäre er bei entgegen. Oh, das ist wohl gestohlen. Schlimm. Ich hab noch feines Wund. So, es gibt alles. Verzieh dich. Das war krank. Das war krank. 2 da war nicht mehr viel zeit übrig die ganzen Kampfsimulationen muss ich auch noch machen das soll das er endlich Vitra lernen er kann schon Vitra wow ich tue mir die ganze Zeit noch mit Vitra aber er hat das schon längst herrlich muss ich hier runter oder sieht so aus ob das unten wäre oh hier ist eine Dingsruine Phönixruine geh mal hier runter ne ich geh erst hoch komm wir waren einmal da geh mal erst hoch hallo ihr seid im Weg schau mal erstmal was hier ist bevor ich wieder zurück rennen muss bevor ich wieder zurück rennen muss erscheint eine Quelle zu sein auf und runter und 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 runter Lurch gelohnt hier. Okay, hilft auch immer. Fast. Oder? wie viele sind es insgesamt 24 6 18 12 14 16 18 20 24 wir haben genau die hälfte zwölf ja Da ist ein Turm. Da gibt es bestimmt irgendwo eine Kiste, oder? Ob ich hier runter gehe oder da runter gehe, ist doch scheißegal, oder? Aber was geht denn das? Ich glaube ein Stück über das ist schneller, egal. Ist das ein Elf schon? Oh, was geht denn hier? Geh weg. Da ist ein Fuss. Schlafen. Arnsinnig. Über den Durch. Hier kommt Meryl! Hier bleibt bald jemand! Das tut weg! Verzieh nicht! Das macht der Onkel mal kompeten! Ja! Vergiss es! Da. Was waren die? Die habe ich noch gar nicht. Was schlecht! Kannst du übernehmen? Ich mach das! Nur kein Über! Eis! Dann übernehmen! Was ist das? Ja! Ich übernehme! Oh, da drüben ist ein Mockri-Haus! 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 Ja, genau! Wär jetzt gedacht! Also nochmal zurück! Kann ich hier außen rum? Ja, gell? Was ist denn das? Oh, hier! Mini-Küken! Also hier hinten ist eine Haltestelle am Arsch der Welt! Okay! Warum nicht? Fein! Komm 5 wieder nur ein Kissen! So, ja, dann war ich weiter eben. Da. In Junon gibt es einen Schrei für die Espa Phönix. Bei Feuer denken die meisten Leute an die Fritt. Doch auch Phönix ist keinesfalls zu unterschätzen. Während die Fritz Entferno den Gegner bei lebendigem Leibe röstet, bringen die Flammen dieses Feuer vor ins Leben hervor. Sicher, führen sie sich sehr angenehm an. Was sollten ihr hier? Das ist zeitaufwendig hier. Ich muss mir das ja wieder merken. Ich schütt, ich schütt. Uh-huh. Schnell. So, jetzt sind wir hier umfährt. So können wir das Mokkihaus machen, bin ja mal gespannt. Mal sehen, was die Kinder diesmal spielen wollen. Das letzte Spiel war witzig. Einfach, aber witzig. Hey, da ist noch ein Küken. Ja, warte, ich will erst das Mokkihaus machen. Das ist ein Mokkihaus, Kupo. Das ist so. Ab in die Mokki-Welt. Kupo. Bitte bring meine Kinder zurück, Kupo. Soll wir da? Ach, Stufe 2. Aber dasselbe Spiel. Was? Was? Was hast du gesagt? Wo müssen die hin? Da hin. Lol. Ich kann die sogar selbst heim tragen. Das habe ich am ersten Mal gar nicht machen müssen. Wie ist die? Wo ist die Mokkih? Là, mich. Was ist die Mokkih? Es ist die Mokkih. Das ist noch keine Mokkih. Es ist die Mokkih. Ich bin der Vorbewerber. Nee, nicht da lang. Das macht es irgendwie einfacher als beim ersten Spiel. Wo ist der letzte? Das ist hart. Ist auch zu weit weg, oder? Geht gerade so. Die Hälften sind sie nicht. Die Hälften sind sie nicht. Vielen Dank, Kupo! Kupo? Meine Kinder sind zurück. Du hast mir sehr geholfen, Kupo. Ich freue mich, dass ich den Laden der Mogris Muck und Muck weiterführen kann, Kupo. Habt vielen Dank, Kupo! Dann mal einkaufen. Was hast du denn? Rubin. Ach, hier. Geheime Kampfkunst. Wie viele habe ich denn eigentlich? Wie viele habe ich denn eigentlich? So viele! Na dann! Ja, das ist jetzt eher uninteressant. Das ist interessant. Na, später. Rest hebe ich mir auf. Bist du nächst, Kupo? Das hat mir ein Symbol. Kupo! Lass uns fangen spielen, Kupo! Achso. Nee. Kann das Spiel nochmal spielen. Kupo! So, hier unten war eine Haltestelle, ne? Da ist er doch. Der Kleine. Weiß von wohin, oder? Ah, hier. Schleude Trophäe für alle Haltestellen wieder aufgebaut. Na, ich bin geheilt. Trotzdem gibt man mal speichern. Das haben wir schon seit über eine Stunde nicht mehr. So, Leute. Ich mache nochmal kurz eine kleine Pause. Und bin gleich wieder da. Und als nächstes machen wir… Ich glaube, ich mache erst den Torn, bevor ich die Jagd mache. Muss man durch die Straße hier runter. Äh, geht's weiter mit dem Turm nach der Pause. Bis gleich. 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 So, weiter geht's. Pause zu Ende. Ja, wir wollten ja jetzt zum Turm, ne? So war das. Äh, Ton läuft? Ton läuft. Weiter geht's. Ähm. Genau. Aber das steht da ja schon. Wir gehen einfach klar, Fälle. Müsste die Straße ja sein, ja. Immer ein Fliegegegner. Warum immer Fliegegegner? Ich will keine Fliegegegner. Wir nerven. Das ist total belastend. Fiecher. Gute Pause. Die kannst du aber nicht gut in Schock versetzen. Alter. Schreib doch mal den her. Die hab ich noch nicht im War. Hab ich ihn noch nicht. Wind. Doch, Cloud hat Wind. Und Schatz. Ist der, ist der Wind ausgewiesen. Ich denke, das wird so nicht. Ah, da will er mich verarschen. Warte mal, um das selbe zu machen. Junge, Junge Heiß Fliegegegner Keine große Sache Ich mag die echt nicht Junge ist ja voll von diesen Viechern Ja Ich lebe zurück ins Grasland Gabs die wenigstens nicht so So, Turm Nr. 577 Bei dem End ist schon für Far Cry Clown diese Türme Warum dann nicht auch die Karte aufdecken damit Echt Ganz unten im Süden Ja, sagt sich doch Die müssen jetzt auch die letzten sein, oder? Zwei, vier, sechs, acht Die fehlen uns noch Eins, zwei, drei, vier Fünf Und dann gibt es noch zweimal das Und dann noch mal Den Geheimgegner Yay Jagd vier Jagd zwei Da war das Fünsche und Jagd drei da oben Datsache Na dann auf zu Jagd zwei Fahre mich an mir noch Gold zu bekommen Das dürfte noch ewig dauern Werdet ihr wahrscheinlich im Stream nicht erleben Gold zu so Glaube ich nicht Keine Ahnung ob ich richtig bin, aber ich geh einfach mal hier lang Oh, ich bin richtig Ich empfange Signale eines außergewöhnlichen Organismus Seltene Semselet Spezies identifiziert Rufe Datenverzeichnis auf Der sehr intelligente Semselet wird auch als Gelehrter der Lüfte bezeichnet Er lässt sich mit seinen hochentwickelten Hügeln vom Wind treiben, um seine Beute geschickt zu jagen Die Federn des Semselet sind sehr bewusst, weshalb sie seit Alters her in der Handwerkskunst geschätzt werden Es wird gesagt, dass Pfeile aus Federn von seltenen Exemplaren sogar äußerst windschnittig sind und große Steine durchbohren können Das führte zu einem immensen Preisanstieg Vorsicht beim Kampf Das schöne Gefieder verleitet nämlich schnell zur Unaufmerksamkeit Warum immer Fliegegegner? Was, lassen die Gegner beim Wirken von Heilwogen nicht losfliegen? Aha Je, das hört sich ja einfach an Ach, soll ich nur mit Ihnen gelassen? Ich zähle auf dich! Jetzt hab ich ihr das an! Wie schmeckt ihr denn? Die hab ich auch noch nicht gescannt, Alter Das ist ja alles neue Gegner hier Ich hab schon Vorarbeit geleistet Ich übernehme Nur kein Überm Heiß Dann übernimm Auf Onkel Barrett des Pfeilers Das war der Ungemacht von Pepanzini Nein Übernimm du! Jetzt das Loch Jetzt das Loch Komm Jetzt das Loch Das war's Ja, ein Teilwogen, Mann. Ich muss die Kampfnorema machen. Dein Arsch. Livia-Time, ja. Schweber und Ramona. Lass mich, Mann. Ich zähle auf dich. Ach komm, war ja so schönes. Ich muss denn da alles versauen, ey. Ich muss mal ein 2. Mach mal Wasserstrahl. Darf es gewesen sein. Das kommt weg. Nicht so nah. Das war ein ansprechender Kampf. Nächstes Mal steht der Abschluss-Edition an. Wenn der das Wogen nicht gemacht hat, äh, überhaupt gemacht hat. Nei Arsch. Das war wieder einmal gute Arbeit, Cloud. Wie hat dir dieser Kampf zugesagt? Müll. Ich registriere eine leichte Unterforderung. Ja, ich habe das ebenso registriert. Solche Funktion besitzt überhaupt nicht mein... Fliegemüll. ... Cloud, durch die Analyse deiner Kampfdaten konnte ich eine neue Simulation erstellen. Hoffentlich fordert sie dich etwas mehr. Scheiß, Fliegegegner. Aber muss ich da oben lang oder was? Ich kann ja eigentlich ein Kissen herstellen. Kissen, Kissen, Kissen. Ja. Kissen, 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 Kissen. Was ist jetzt, High Cloud? So. Die Richtung. Was geht denn hier? Ist die Stadt oder was? Willkommen im Kräennest, dem Stützpunkt unserer Anti-Shinra-Gruppe. Tut mir leid, aber seit dem Ärger in Unterjunon ist der Weg gesperrt. Mein Ernst? Was ihr mir jetzt erzählen, dass ich da nicht rein darf? Da muss ich doch Story wahrnehmen. Gucken wir mal, ob wir unten lang kommen. Da sind schon bitte Fliegegegner. Da sind schon bitte Fliegegegner. Hey. Auf keinen End, hier ist eh falsch, oder? Hast du nur gesagt. Wie soll ich mal Fliegegegegner? Wer wagt es? Das hat geklappt. Alter, was ist denn das hier für ein Berg? Aber ich glaube, ich brauche mein Schoki. Das ist ein Schatzcover. Zwei Schätze. Super Trank. Bin mal gut. So. Geht es auch immer gut. Ha. Nup. Hier geht es auch nicht da hoch. Ah, das heißt dann für mich theoretisch, ist er, oder warte mal, von hier drüben? Also da muss ich jetzt doch Story wahrnehmen. Wollte ich aber auch noch nicht. Ich sehe, ich komme vom Boot irgendwie da hoch. Die wort rumschwimmen? Ich glaube nämlich nicht. Ach, wer hätt's gedacht? Wow. Nö, dann geht es wirklich nur mit der Story da oben rein. Schade. Das hätt ich gern, oder? Oh. Damit hätt ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Könntest du... Hallo? Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Keine Kiste. Frech. Komm ich da oben hoch? Uh, uh. Da war gerade noch älter. Achso, wegen dem. Können Sie sehen, dass ich hier nicht hochkomme, oder was? Da oben ist die Brücke. Das bringt mir aber alles hier nichts. Da drüben vielleicht. Ah. Oh, geht doch. Ich bin schon mal auf der fast richtigen Linde. Ich muss nur noch höher. Ne, noch höher geht nicht. Ne, die zwei da drinnen. Oder wie nachdem, was drin ist. Bleibt erstmal verflussen. Nein, ich sollte das vor mir auch. Wenn der剛 z comprised auf姿 älter, sagt er. die datenanalyse hat ergeben wo sich gedankenschänder verborgen hält diese Furchterregende Abscheulichkeit Töte Menschen, um sich an ihren Gehirn zu laben. Bitte bereite ihr so schnell es geht ein Ende. Ist der Level 3 schwarz. 26. Ist wieder 2 Level höher als ich. Und hier hochkomme ich leider von hier nicht. Gedankenschinder. Kommt mir bekannt vor dein Name. Der ist so drüben. 4 Mal gibt es das. Alter, was? 3 Mal Ford Condor. Ja, musst du Ford Condor machen. Weil an die 2 komme ich nicht ran. So ein Mist. Oder gab es an der Seite eine Wand hochnähe, oder? 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 Ne, sieht nicht so aus. Oh, das ist da drüben. Ich versuche die Gegner mal. Das glaube ich von hier zu starten einfacher. Ich versuche den Gegner auch mal. Das soll schon passieren. Wie man zu dem kommt. Oh, dass die nicht da runterhüpfen gehen. Wie geht es denn hier so? Wie geht es denn hier so? Der Gedankenschinder ist von Dings. von Baldur's Gate. Der soll 21 sein. Hier habe ich also mehr. Ach, den habe ich noch nicht gesehen. Na gut. Wo sind wir mal die Gedankenschinder? Das ist wirklich wie Baldur's Gate. Oh, macht da richtig viel Schaden. Ich quatsch dir jetzt wieder die ganze Zeit. Bin mal schon frei. Leichtresistenz. Oh, ist nett. Oh, ist nett. Die Schilder zerniert seine Opfer langsam, sie sind in die Ego-Shamanien, bevor sie sich durchgegeben, die Schärfe unterleidt. Dann ist es nicht, was die Scheiß heute nutzen, um meine Zerturmung zu beruhigen und die Schilder in der Shura-Region wiederherzustellen. Macht ihr uns den Gegner schnell! Ihr macht das großartig! Der Schilder kann nicht wie ein Sieb! Jetzt zeig ich euch, was ich kann! Der ist für dich! Übernimm du dich! Verzieh dich! Es ist vorbei! Ul, dann kommt ihn ab. Oder? Ja, ich bin mal sicher! Ich hab ihn noch mal sicher! Ja, ich bin dein Flugzeug, das war... Ich hab ihn schon mit ihm ab! Ich hab ihn schon mit ihm ja, was! Gute ich mir sogar noch. Jetzt komm ich übernimmert. Hier kommt Barrett. Das wohl hier. Jetzt ist recht. Der Schaden, ey. Oh. Limmel. Ich glaube, ich nehme Ramu. Dann übernimm. Komm schon. So, ist es zielvoll und dann macht es jetzt mal geblieben. Ich habe es nicht zu überstürzt. Jetzt kann ich hier das sagen. Mach mal Wirbel-Laser. Mach mal Wirbel-Laser. Wow, das geht mit dir. Der Junge hat ganz schön viel HP. Ja. Das habe ich mir extra für dir aus. Meine Brasche. Zuleichst lass ich mich nicht unterkriegen. Da geht noch was. So. Das ist also�. Ja. era. Nein. Ich wäre schon ein polargerät. Auf Wiedersehen. Aber nicht mehr. Jetzt kannst du endlich Synchro machen. Warum geht nicht? Weil er auch Mut dran ist. Er holt mich Gott. Dann übernimm. Auch gut. Morphen wird nicht gehen. Das sollte ich eigentlich nicht. Ja, mach mal das. Schock. Easy. Ich bin ja so froh, dass du den Gedankenschilder zur Strecke bringen konntest. Ich hatte Sorgen, dass er sich auch dein Gehirn einverleiben würde, aber die waren wohl unbegründet. Nur ein wahrer Helfer mag es, den Kampf mit solchen Ungetümen aufzunehmen. Deine tapferen Taten haben die Welt wieder ein Stückchen sicherer gemacht. Danke. Ein Hora von unseren Helden. Talbot Square Endings in Zusammenarbeit mit dem Maran von Baldur Skate. Es ist nur noch Ford Condor. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Und da komme ich nicht hin, leider. Na gut, dann machen wir Ford Condor die zweite. Ich wollte es gar nicht fallen. Komm her. Ich stehe mir auch drüber. Oh, hier. Oh, hier. Da machen wir uns. Kissen. Um das Spielbrett herum orte ich protosubstantielle Sistale. Wir können wohl davon ausgehen, dass dies der Zugangspunkt ist. Warten wir dann. Lasst uns ein paar Shinra-Schäder knacken. Dafür will ich immer zu haben. Aber kommen wir auch sicher zurück? Keine Sorge. In Datenzufolge findet bei Spielende automatisch ein Rücktransport statt. Und bei Problemen habt ihr ja immer noch mich. Ich hole euch da raus. Dann auf zur zweiten Runde. Original war das einfacher. Sehr einfacher. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. So schlimm finde ich es gar nicht. Wow. Weil du so 97 aus saust. Fast. Jetzt komm ich. Wie konnte das denn nur passieren? Oberst. Oh. Da seid ihr ja wieder. Oh. Gemeinsam können wir es schaffen. Ich will meinen Schatz zurück. Koste es, was es wolle. Das Ding da kommt aus unserer Welt. Das gehört dir nicht. Ach, Papa la Papp. Die Details können wir später klären. Jetzt heißt es erstmal zum Angriff. Ziel der Operation ist es, das gestohlene Gut von den Shinra-Truppen zurück zu erobern. Unser Oberst hat einen kühnen Plan. Jedoch allein wird er mit Sicherheit scheitern. Ich bitte euch. Ihr müsst uns helfen. Wir sind schon unterwegs, Herr Oberst. Unser Stichwort. Also mit den Elite-Stürmer. Auch schon cool. Ich würde es nochmal so probieren mit der Ausstellung. Jetzt dachte ich mir, ich bin mal Elite-Verteidiger. Dann hätte ich gerne Elite-Stürmer. Das ist nicht so gut. Ich würde es nicht so gut. Was ist das denn? Geschafft. Die Elite-Dinger, die haben was gehofft. Nicht so schnell, Freundchen. So ein Tölpel. Nein, was passiert hier? Heroin! Der ist auch Schwede. Willkommen zurück, Freunde. Unser Ziel habt ihr nicht erreicht, oder? Nein. Leider nicht. Auch ich bin so schlau wie zuvor. Es gab zu viele Interferenzen. Eine große Kraft scheint hier am Werk zu sein. Eine Kraft, die alles übertrifft, was wir kennen. Sag mal, der Oberst meinte doch, die Protosubstanz wäre sein Schatz. Was könnte das bedeuten? Ich habe da mehrere Theorien, aber um sie zu verifizieren, brauche ich weitere Daten. Zumindest weiß ich, wo wir suchen müssen. Auf zur nächsten Position. Das ist Experte für Weltberichte. 50 Weltberichte angelegt. Jetzt ist das auch in dem Gebiet drin. Ich komme doch da nicht rein. Ich dachte, ich könnte wenigstens die Fort Contour jetzt abschließen. Nö. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als Story zu machen. Ich muss nach Yunon. Ich habe die Vermutung, dass wenn du in Yunon drin bist, so schnell nicht mehr rauskommst. Ja, dann ist das so. Dann auf nach Yunon. So. Na gut, dann machen wir Story weiter. Müssen wir ja auch mal weiter machen, ne? Das war mit Geheil. Achso, wir haben ja hier gar keine WP-Punkte mehr verteilt. Immerhin ziehen. Was nehmen wir denn jetzt? Oh. Das ist gut. Mehr Schaden ist immer gut. Das sieht auch gut aus. Arid. Den Schaden von Sturm. Das ist auch gut. Wo ist das? Im Moment. Uninteressant. Oh, die hat 20 Punkte. Ich habe noch 5 übrig. Könnte ich noch so einsetzen. Das ist auch gut. Red 13. Das ist auch sehr gut. Das ist auch sehr gut. Okay. So, Geheilt habe ich. Könnte was einkaufen. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 6.000. Mehr nicht? Könnte man Waffen laden. Wäre ja mal nicht schlecht. Gibt es den Juni bestimmt. Jo, dann. Sorry, Wader. Ich hätte zwar jetzt gerne hier noch alle Nebenvision fertig gemacht, aber... Spiel sagt nö. Ich darf hier noch nicht rein. Na gut. Dann später. Achso. Na, die ganzen Trainingsmissionen muss ich auch noch alle machen. Aber die werde ich, glaube ich, dann für mich machen. Was? Nein, geh weg. Das ist lame. Auf nach Junon. Die große Hauptstadt. Oder eine der großen Hauptstädte von Genra. Da müsste man doch jetzt Hufus treffen, oder? In der Original hat man Hufus hier getroffen. Gehört das hier schon zu Junon? Nein. Unter der Festungsstadt liegt ein Vorort. Unter Junon. Ein narodes Fischerdorf. Hä, typisch Shinra. Alles, was die nicht in den Kram passt, wird nach unten verfrachtet. Aus den Augen, aus dem Sinn. Jetzt kommt das mit den Mädchen und dem Wasservieh, also im Original zumindest. Wo du das Mädchen retten musst. Das ist schon cooler aus hier. Ich glaube, das war so viel, wie dein nächstes Boss werden. Diese Wasserschlange, oder was das da ist? Nicht so schnell. Willkommen in Unterjunon, dem Ort, wo niemals die Sonne scheint. Mein Name ist Ronda. Ich stehe der hiesigen Bürgerwehr vor. Was wird das? Avalanche. Was, wenn es so wäre? Am besten melde ich euch einfach mal. Wer weiß, vielleicht macht ihr mich ja reich. Also an deiner Stelle würde ich das nicht tun. Du heißt Eris, hm? Für dich gäbe es 500.000 Gil. Echt? So viel? Wenn ihr wollt, könnte ich es aber auch bleiben lassen. Ich bin schließlich kein Unmensch. Das ist doch sicher eine Falle, oder? So etwas kann nur jemand sagen, der unsere Geschichte nicht kennt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne verschwinden. Ansonsten... Die Herberge ist da vorne. Und die Zimmer sind alle frei. Hast du Männer in schwarzen Kutten gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Mit schwarzen Anzügen kann ich allerdings dienen. Zwei Männer. Die Türks. Und eine Frau. Hört, hört. Sie sind mit dem Aufzug da raufgefahren. Schlagt euch das schön aus dem Kopf. Ihr wisst das ja sicher. Aber Junon ist fest in Shinras Hand. In dem Aufzug haben Leute wie wir nichts zu suchen. Außerdem ist oben gerade was los. Mit entsprechender Sicherheitsstufe. Die Gardisten sind ziemlich nervös. Die Parade für den Präsidenten. Also macht uns hier bitte keinen Ärger, hört ihr? Den Sogen des Präsidenten. Sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Ich frage mich, ob man Weapon sieht. Okay. Verhaltet euch bitte ruhig. Krass, wie sie das hier alles geändert haben vom Aussehen, ey. Schluffis. Das BDK-Gegner im Unter-Junon hinzugekommen. Wait. Karten. Ich kann Karten spielen. Ich will irre. Die einzige Seeluft ist hier in jedes Haus gezogen. Der ist auch überall. So sieht man sich wieder. Was hältst du von einem Foto mit der Festungsstadt im Hintergrund? Wow. Festungsstadt. Du glaubst gar nicht, wie faszinierend ich diesen Ort finde. Allein schon die Farbe des Meeres. Einfach schaurig schön. Sicher der Einfluss des Unterwasserreaktors, meinst du nicht? Auf jeden Fall muss das alles hier festgehalten werden. Vielleicht findest du ja noch andere gute Fotomotive. Ich bin gespannt. Man bedenkt, dass in vier Jahren dann wahrscheinlich der dritte Teil noch rauskommt. Dass man noch so lange warten muss, bis das große Finale kommt. Wow. Auf dem Schiff war ich schon. Wahnsinn. Hier will jemand Karten spielen. Wer stärker werden will, ist hier genau richtig. Na? Genug für heute? Red. Vor langer Zeit befand sich auf diesem Teil des Ozeans die Hauptstadt der Republik Junon. Sie wurde damals auf einer Flotte miteinander verbundener Schiffe errichtet. Die einst stolze Metropole ist dank Shinra nur noch ein Trümmerhaufen am Grund des Meeres. Und an ihrer Stelle wurde eine unsinkbare Stadt aus Stahl errichtet, die auf den Ozean herabblickt. Ein Grabmal der Republik, die Shinra in den Ruin getrieben hat. Zumindest steht es so in den Geschichten. Vor langer Zeit befand sich auf diesem Teil des Ozeans. Sie wurde damals auf einer Flotte miteinander verbunden. So, wo ist jetzt hier der Kartenspieler? Da. Karten, Karten, Karten. Da werden kein Kartenspiel mehr gespielt. Nee, nicht du. Aber du bist ein Waffenladen. Hast du was? Wer hier hereinspaziert, muss aber auch was kaufen. Die Prachtklinge, die habe ich schon. Habe ich alles schon. Ah, das ist glaube ich, wenn man die Kisten nicht gesammelt hätte, hätte man das jetzt hier kaufen können. Aber da ich ja die Kisten dazu gefunden habe, brauche ich sie auch nicht kaufen. Aber er hat keine neuen Waffen. Das ist blöd. Schau, Leute. Da draußen lauert eine Menge Gefahr. Gesundheit. Was ist denn jetzt? Ich sollte jetzt einfach zuschlagen. Dieses Schwert wäre doch perfekt. In dem Gebäude ist der Kartenspieler. Oh, das ist eine Sie. Das Meer ruft nach mir. Hm? Willst du gegen mich antreten? Bedauere, aber ich steche nun in sie. Ich bin Isabelle. Eine Seefahrerin, die über die Weltmeere kreuzt. Und dabei Ausschau nach starken Gegnern hält. Leider waren die Spieler dieser Gegend aber allesamt nur kleine Fische. Mit dir scheint mir allerdings ein guter Fang ins Netz gegangen zu sein. Also schön. Vielleicht sorgt eine Partie ja für etwas frischen Wind hier. Die Stufe 3. Mal sehen, was sie kann. Oh, die hat Schieber. Noch hat sie Schieber. Hoffe nicht mehr lang. Weg, weg. Ich habe eine Idee. Zuck und schon habe ich einen 3er laskelt. Easy. Ha! Krass! Alter Schwede! Dein Ernst? Hat der mir die Plätze? Da oben müssen wir es so machen. Er hat natürlich eine 2, die da bewegen kann. Dass er jetzt die Mittel da weggenommen hat, ist scheiße. Das gefällt mich gar nicht. Das bringt mir alles nichts. Dammit. Ich glaub, das ist sein Irrsieg. Das war nichts. Er hat mir die Mitte gestohlen. Das war scheiße. Ohne die Mitte bringt mir das nichts. Wow. Viel zu hohe Karten. Das war's. Kampner die Höhe mit der Rayal. Das ist doch im Ernst. Vieh, dieses Vieh, heißer. Das darf ich nicht. Das wird mir eh schon. Oben ist halt interessant. Ich habe bestimmt eine Zweierkarte auf den. Mist, ey. Er holt sich die 10 Chips. Schade. Wird nix. Oh, der kriegt ne Zweierkarte. Ne, der mehrere kamen. Ne, das war's. Zwölf zu acht. Wieder verloren. Kein Kartenziehglück. Einfach kein Kartenziehglück. Einfach kein Kartenziehglück. Eine Kartenziehglück. Doch, der muss wirklich gewinnigt sein. Đ também schönes mäben. ủñkymOOOOM. egal das Üstänger 86 Sepp kort estimate organiseden punch von 4 grammathe waters. Der Hintergrund ressort seitdem. Das drücken scribe ab. Das Quadrenskirchen. Tschüss. Tja. jetzt habe ich alles krass was der keine karte zerstören die ist ja mies aber ich muss trotzdem mein Sieg sein aber ich bleib bei 9 oder 7 und 8 und er hat nur 30 Sonneblende war ja richtig mit 2 Punkten Sieg und ich habe Shiva wenn diese Karte gespielt wird erscheinen Diamantenstaubkarten mit der Stärke 2,4 oder 6 auf einem unbesetzten Felder krass die ist mir tot aber ich muss schon zugeben da hast du mir ja mal komplett den Wind aus den Segeln genommen mit meiner Einschätzung über die Spieler hier war ich dann wohl auf dem falschen Dampfer aber ich bin froh vor dem Auslaufen gegen dich gespielt zu haben sonst hätte ich mich von meiner eigenen Arroganz mitreißen lassen und wäre wer weiß wo gestrandet danke für diesen Schuss vor den Bug ich bleibe hier erst einmal vor Anker liegen und werde mein Deck auf Vordermann bringen so die wäre erledigt das war das schwarze brett aber keine mission dran im moment ja noch nicht zumindest wir halten uns vorerst lieber anscheinend hat china eine große feier oben in der hauptstadt geplant was wohl der anlass ist die leute sind verärgert dass die hauptstadt ihnen das sonnenlicht raubt aber mir gefällt es so nicht dass ich das jemals jemandem hier sagen würde was sagt barrett ein tolles fischerdorf ist das hier die dürfen nicht mal raus mit ihren boten irgend so ein idiotischer befehl von oben will heißen ohne shinra's erlaubnis sticht den niemanden sehen wenn wir unser versprechen halten und hier keinen ärger verursachen wollen können wir uns eine schifffahrt also abschminken früher brauchte man anscheinend kaum rauszufahren da waren die netze schon voll aber seit sie unten auf dem meeresgrund den reaktor hingestellt haben wimmels von ungeheuern jetzt herrscht ebbe im kescher was shinra auch anpackt es geht alles vor die hunde da unten sehen wir ja schon die fläche also könnt euch gewiss sein dass wir da unten kämpfen dürfen hallo cloud hat es dich auch nach unter junon verschlagen dieser ort erinnert mich an die slums von mit gar vermutlich war sowohl hier als auch dort der himmel nicht zu sehen ist htp schock p einsparen wir nehmen einfach alle jetzt gucken was hier alles neu ist ah getan der ist halt so gibt es aber auch krasse belohnungen ach so ich muss diese drei ziele abschließen damit ich überhaupt die belohnung kriege ah verstehe ich warte noch bis ich die erste mache ich habe im momenten kein platz für die es war die alle besetzt man weiß nie was auf einer reise alles passieren kann sei also vorsichtig das die man jetzt mal rein und schlafen herzlich willkommen ein einzelzimmer schlafen haben sie bei bei hallo schrieb mit der wuchs den schlafen dieses schwert du verstehst dich aufs kämpfen oder das gerade war eindeutig priscilla bitte du musst dir helfen schnell hier lang das mädchen auf dem buch ist in gefahr kann ich rennen mal schauen was heute so anweist hier lang schnell jetzt spiel hier hier kommen hier 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 lege so hier hat das dabei unten wenn Video okay das wurde aber Juffi? Fragezeichen als Name. Wie dabei ist es, dass das Juffi ist? Ja! Schwach gegen Blitz. Geh aus! Na herauf! Dann übernimm! Jetzt kann ich ja das sagen! Los! Geh aus! Wo ist das? Übernimm du! Lass mich mal! Soll ich denn da hochkommen? Soll ich denn da hochkommen? Ich heiße Fliegegegner an dem Spiel! Ich! Das tut weh! Ha! Ha! Nicht so nah! Soll ich denn da hochkommen! Bin ich jetzt drin? Kannst du aber nicht? Ich übernimm! Zack! Nur kein Übern! Ja! Ja! Dein Expo! Sag ich doch! Übernimm du! Ja! Das hab ich mir Hex noch für den Anzug! Da geht noch was! Ha! Ja! Ha! Ich seh dich! Es geh dann! Da! Warum roll ich eigentlich immer weg? Hat doch gar keinen Sinn! Was soll er sein? Ich mach das. Keinen kommt, zack! Mein Einsatz jetzt! Der ist für dich! Lass sie dich! Hier geblieben. Unter uns! Dann übernimm's! Los, geh ab! Überlass das mir! Was geschafft er heute noch? Oh, wir rufen mal! Na, wir rufen natürlich! Ramud! Ja! Oh, warte! Der schwach gegen Blitz! Ramud ist Blitz! Ich hab' den Wacken! Übernimm mal! Jetzt zeig' ich euch was ich kann! Oh, schon! Ich hab' den Wacken! Oh! Hup! 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 Ey, ich wollt grad' ihr Gefeet benutzen! Hup! 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 C'mon! Hup! 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 Was war ja grade der Richtige? Hup! 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 Jetzt kann ich hier das sagen. Voll machen und dann... ...kommt das. Alter! Oh nein, so was ist das? Oh nein, so was ist das? Hier kommt Barrow! Oh, das ist eine Blase. Hier? Übernimm mal! Lass mich mal! Blöder Tornado! Ich zähle auf dich! Bin ich jetzt drin? Will dir was schicken? Wie? Hier bin ich! Nimm das! Verzieh dich! Verzieh dich! Der will die Gegner! Ja! Gut gemacht! Wie es wohl dem Mädchen geht? Komm! Sie scheint nicht zu atmen! Hey! Kann jemand helfen? Sie kühlt aus! Beeilung! Scheinbar kriegt man sie hier automatisch und nicht wie im Original. Dafür ist keine Zeit! Wo man die richtigen Antwort geben muss. Verdammt! Jemand muss ihr helfen! Ich komm ja schon. Sie muss sofort beatmet werden! Könnt ihr das nicht selber machen? Ich muss das im Original ja auch. Aber mit Priscilla eigentlich und nicht mit Jufi. Ja! Hey Duda! Hilf mal! Übernimm die Herzmassage! Okay. Jetzt drücken! Was fällt dir ein, du schmieriger Typ! Was fällt dir ein, du schmieriger Typ! Nanu? Oh! 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 Da ist unsere Splitter Gruppe! Splitter? Was? Sie haben Avalanche verlassen. Es gab da ein paar Differenzen. Diese Leute sind meine Gäste, weißt du? Außerdem haben sie dich gerettet. Oh! Ach so war das also! Entschuldigung! So bedankt man sich natürlich nicht bei seinen Rettern! Kommt nicht wieder vor! Na dann Jufi! Ruhe dich lieber ein bisschen zu Hause aus! Aha! Mach ich! Danke Leute! Danke Leute! Also die hat Nerven! Ich will ja nicht meckern, aber diese Jugend heutzutage... Ah! Wer war das? Ebenfalls neu hier! Je rauer die See, desto mehr Treibgut wird angespielt! Hm! Hm! Könnten wir jetzt eigentlich mal aufhören mit diesen ganzen Gegner, die fliegen können? Das nervt! Die sind doof! Barret ist eigentlich der einzige, der wirklich gegen die kämpfen kann! Und... äh... Aerith! Die einzigen beiden, die überhaupt da rankommen! Oh hier ist ja noch ein Kartenspieler! Cool! Gegen den spiele ich gleich! Aber erstmal gibt es nochmal eine kleine Pause! Wobei, ich sehe gerade... Ja komm! Ich mache nochmal eine Pause! Bis gleich! 🎵 0 0 0 0 0 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020